Hallo, ihr süßes und Pupis, ich bin Saurant, schon aus der Kampagne, live aus Berlin und ich bin mal mit dem Klausel unterwegs und wir fahren heute mit der U1 zu der Warschauer Straße, das ist der Umbahnhof der U1 und dann gehen wir heute zu Britney Spears. Ich war in meiner Jugend in den 90er Jahren ein riesiger Britney Spears Fan, das war mit Baby One More Time, da war ich glaube ich 15 oder 14 oder so. Du warst älter als Sie. Ich war älter als Britney? Ne, ich glaube nicht. Wir waren beide gleich alt. Britney und ich sind ja ein Genre und ein Idol meiner Jugend. Mittlerweile finde ich Britney jetzt ehrlich gesagt ziemlich irrelevant, aber ich wollte sie einmal in meinem Leben live sehen. Und dann war ich, vor Monaten saß ich zu Hause und war ein bisschen angetrunken und habe in einer Laune raus zwei Tickets für Britney Spears in der Mercedes-Benz Arena gekauft für 318 Euro. Ich habe mich dann, ich habe mich danach ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt, aber jetzt habe ich die Tickets und jetzt gehe ich halt auch dahin und ich nehme euch mit. Klausi, freust du dich? Wir steigen jetzt gerade aus, Warschauer Straße, die wollen alle zu Britney Spears. Das glaube ich auch. Glaube ich auch. Straßenhandel verboten. Hier dürfen keine Drogen verkauft werden. Also die Warschauer Straße, das hier ist die Warschauer Brücke. Über diese Brücke wird man auch immer informiert, wenn man taff guckt. Und wenn Berlin irgendwie als tolle Partystadt dargestellt wird, dann sind immer Kamerateams von ProSieben hier auf der Warschauer Brücke und zeigen, wie toll und wie großstädtisch und wie kriminell Berlin ist. Und dann landet man direkt im neuen Entertainment-Distrikt. Und Klausi, da wird das größte Einkaufscenter, die größte Mall Berlins gebaut. Wir haben ja noch gar keine Malls hier in Berlin. Deshalb freue ich mich sehr, endlich mal shoppen gehen zu können hier in Berlin in einer Mall. Ich möchte sagen, ein seelenloses Gebäude, das H&M, Zara und Kiko beinhaltet. Ist ja auch noch in keinen anderen Mall eigentlich. Gibt es in keinen anderen Mall, das stimmt. Das ganze Neubaugebiet wurde von einem Architekten geplant, der sich gedacht hat, lass mich doch in die Mitte Berlins und was setzen, wo alle kotzen müssen. Hier wird gebaut, 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 alles Mall, Mall, Mall. Shopping, Shopping, Konsum, Kapitalismus at its best. Und Holiday Inn ist da auch toll. Und da vorne prangt schon das große Logo von Mercedes-Benz und da wartet die Britney auf uns. Oh nein, stehen die da alle an. Oh nie, oder? Wir kriegen erstmal den Sekt aus und wir machen hier in meinen Schatten. Wir gehen erstmal in den Schatten und trinken die Insekten aus. Okay, gut. Meine Güte. Hi. Hi. Jetzt wollen die da alle rein. Wo ich mir so denke, man kann auch noch zwei Stunden warten. Der Eilass ist ab 18 Uhr und wir starten mit der Show um 20 Uhr. Das wird ein besserer CSD. Ich habe heute ganz viele Schwule hier getroffen und hier ist ein ganz, ganz schwuler kleiner Mann, der nicht genannt werden möchte. Sein Name ist Amy Strong. Das ist eigentlich ein Transvestit, aber sie möchte nicht genannt werden und die ist schwul. Und wer bist du eigentlich? Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, aber... Oh, was seid ihr? Und da ist ein Aquir. Da steht ein Aquir. Zeig mal. Die Karten. Oh mein Gott. Ach, Klausi. Oh mein Gott. Eine Karte, das 150 Euro wert. Guck mal, wie schäbig die aussehen. Na ja. Guten Tag. So. Wir gehen jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch, durch die ganzen Schwulen. Und da ist die Britney Spears. Ich habe die Britney Spears gefunden. Schatz, du musst doch gleich auftreten. Was ist denn da los? It's Britney, bitch. I don't get ready. I stay ready, honey. Are you stay ready, honey? Good. Good luck. Good luck. Die Britney muss ich mal wieder rasieren. Das Britney Beard ist das. Das Britney Beard. Das ist so hell. Ich sehe gerade gar nichts. Kommt man jetzt hier rein, oder was? Du weißt mal. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, finde ich ganz toll. Ja, das freut mich. Warte mal. Warte mal, weil das immer früße Kamera. Wacken. Warte mal, ist das so schön. Dankeschön. Gerne. Machst du's schon? Ja. Tschüss. Wollen wir uns hier auch für Innenraumopfern dazustellen? Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Guck mal. Hier steht die. So. Da sind Transvestiten. Da sind Transvestiten. Passt mal auf. Und die haben sogar so Demoplakate. Ich weiß aber noch nicht so genau, was da draufsteht. Was steht da drauf? It's Carly Bitch. Wer ist denn Carly? Bist du Carly? Me, me, me. Sprechst du Deutsch? Ja. Ja. Wir haben im Januar bei Gimmy Moritz zusammengearbeitet. Wie bitte. Daran kann ich mich natürlich gar nicht mehr erinnern, weil ich so oberflächlich bin. Hallo. Wir kommen doch hier nie rein. Wir kommen doch hier nie rein. Amy. Ja. Ich würde sagen, du rennst jetzt einfach mal vor. Nie. Hallo. Kommen wir hier rein auch, oder? Moment, darf ich mal kurz durch? Darf ich mal kurz hier durch? Ich muss mal kurz sehen, wie viele Menschen hier sind. Darf ich mal kurz durch? Dankeschön. Dankeschön. Viele, viele Menschen, alle sind schwul oder Frauen, aber es gibt keine heterosexuellen Männer hier heute Abend. Nur schwule. Nur schwule und Frauen hier heute bei der Mercedes-Benz Arena zu Britney Spears. ein heterosexuellen Mann ist hier, aber ansonsten sind alle schwul. Ich zeig euch mal Spüle. Warte mal. Da. hast du gut gekauft, Klausi. Was jubeln die denn da dauern? Oh mein Gott, Eisprung. Ge Bomb. Die Autos sind so groß geworden, dass die dä entraßen, so aussehen wie kleine Kinder. Ja stimmt. schmeckt lecker klausi hier sind nur schwule und ich habe zwei schwule kennengelernt aus österreich guck mal hier der heißt und ihr habt ihr gemacht und ihr geht jetzt zu britney spears ihr freut euch wir sind voll die aufregenden fotzen richtig aufregend und ihr seid fans von mir oder oh ja auf jeden fall eine sehr große fan company wir haben es jetzt 19.30 20 uhr soll das konzert beginnen alle menschen stehen immer noch hier wollen rein da oben stehen schon menschen die drin sind und da hat ein mitarbeiter gesagt wir sollen jetzt einfach mal weiterlaufen weil es gibt jetzt zwölf türen zwölf eingänge wo wir reingehen können ich hoffe dass ich irgendwie noch in diese mercedes-benz arena reinkommen wenn nicht dann verklage ich britney spears und dann ist ihre karriere vorbei sag ich euch ganz ehrlich ja piece of me too ganz ehrlich so eine andere bitte mit der die tür jetzt erst recht oder ja vielleicht die homosexuellen bist du schwul nein ja natürlich ja klar natürlich ja ich bin mit auf dem video mir ja 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 So warte mal, sie hat es zu tun. Achso, was mache ich denn jetzt? Er soll das Foto machen. Nein, der Klaus macht nicht das Foto. Klaus macht so gut Fotos. Ich muss schon die Handtasche erhalten. So, wir wollen jetzt aufs Klo. Wir wollen aufs Klo. Wir wollen aufs Klo. Da, Männerklo. Wir gehen aufs Männerklo. Gott sei Dank. Das muss reichen. Guck mal, da stehen sie jetzt hier alle. Alles voll. Ja, ich warte kurz. Ich warte kurz. Ja, ich nehme meine Tasche. Ich warte kurz, bis es im Klo frei wird. Ist das mit dir? Ja klar. Nicht dein Name? Also, ich habe 150 Euro Buchrate bezahlt. Und ich sehe, das Publikum. Und ein bisschen von der Bühne. Und ich sehe die Leinwand. Aber auch nur ein bisschen. Da. So, also. Pitbull. Pitbull ist die Vorband. Und Pitbull ist sehr sexistisch. Ja, jetzt kommt Britney Spears. Aber der hat ganz nötige Tänzerinnen gehabt. Und das war sehr sexistisch. Da oben sehen wir. Guckt mal. Riesige Lautsprecherboxen. Sowas habe ich auch immer, wenn ich im Rauschgold auftrete. Und da ein riesiger Mercedes-Benz Stern. Und dann attraktive Vorteile. Kostenlose, kostenfreie Lounge. Und ich war jetzt gerade schon mal wieder am Ticketschalter und wollte upgraden. Von meinen 150 Euro pro Ticket wollte ich upgraden. Damit ich ein bisschen was sehen kann. Haben die gesagt, es ist ausverkauft. Alles ausverkauft. Das ist der Block der Frustierten hier. Und das ist der Block der Frustierten. Guck mal. Wir sind so die Letzten hier. Und da sitzt niemand mehr. Und dann ist da die Bühne. Da gibt es sozusagen. Ich habe heute für Klausi und mich einen 0,4 Rosé-Sack gekauft. Auf Eis. Zwei Rosé-Sack auf Eis. 24 Euro. Dafür schmeckt er gar nicht mal so gut. Das ist ein gutes Morgenlicht. Das ist die Mercedes-Benz World. Bitte Britney, streng dich an. Massen, Massen, Massen. Ganz viele Britney-Fans, Britney-Fans, Britney-Fans. Guck mal hier. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Alle zusammen. Ich gehe mal ganz nach vorne. Ich versuche mal ganz nach vorne zu gehen. Entschuldigung. Dankeschön. Ich versuche mal ganz nach vorne zu gehen. Ich versuche mal ganz nach vorne zu gehen. Ja. Du musst doch eigentlich ein paar Gute stehen. Ja, heute nicht. Ich habe ja keine Zeit heute. Warum denn? Ich habe ja keine Zeit heute. Ich habe ja keine Zeit heute. Ich habe ja keine Zeit. Hallo. 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 Hau. So, und da ist eine Bühne, da tritt die gleich auf. Ich muss mal kurz weiter zur Britney Spears. Darf ich mal? Die Britney, ich hab mit der Meet & Greet im Backstage. Kleinen Moment bitte. Britney und ich, wir sind ihre Geschwister. Darf ich kurz durch? Gott, die hassen mich alle. So, du hast mich auch, ja. So, darf ich kurz durch? Dann muss ich hier kurz vorbei. Dankeschön. Thomas, die kam. Hallo. Gott, so. Guck mal hier, guck mal hier. Ja. Ganz viele Menschen, ganz viele Menschen. Alle in dem. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh mein Gott, ja. Ich bin nur ein Transvestit, ich bin nur ein Transvestit. Ja, ich weiß. Aber gleich tritt der Transvestit, der tritt gleich da auf. Ja, ja. I love you. Oh, Chrissy. I love you. Oh, my God. I love you. You better work, bitch. You wanna run to the game? Seven Martins. Look hot and make you. You wanna work, bitch. You wanna work, fitness. A little bit of marriage. Hard to win for us. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Ich bin so glücklich. Alles, alles Klebeck. Das ist ein Schiff. Das ist gut. Ja, ja. Ja, ja. Du bist in Zukunft. Du bist nicht interessiert. Du bist nicht interessiert. So, da sind wirklich gerade richtige Britney-Fans und die sind sauer. Es gibt dann so Hardcore-Fans, die stehen ganz vorne an der Bühne und wenn man dann da durchgehen möchte, dann prügeln die einen fast weg. Habe ich gerade erfahren, aber ist mir auch scheißegal. Ganz süß, weil es gibt ja auch Fans von Britney Spears und alles gut. Aber die sind sehr, sehr brutal. Habe ich nicht erwartet. Also ganz ehrlich, ich bin der große Britney Spears-Fan damals gewesen in meiner Jugend. Ich habe noch niemals so eine Playback-Show gesehen, außer hier. Also, noch nicht mal im Rauschgottel im Schrotz. Eine Tanzen-Playback-Show. Britney Spears hat keinen einzigen Song live gesungen. Keinen einzigen Song. Die Show war toll. Viele Tänzer, viele Effekte, alles wunderbar. Ja, aber ich finde, live Gesang gehört zu seiner Show dazu. Und gerade wenn man pro Ticket 150 Euro bezahlt. Oh mein Gott! Ich bin jetzt voll. Ich bin jetzt voll. Ich bin jetzt voll. Ja, Toxikant, wir bin in der Nase. So, wir müssen hier raus. Wo kommen wir denn hier raus? Komm wir hier raus? Ja. Okay. Tschüss. Danke schön. So. Und ich, also, einmal Britney Spears sehen, reicht denn. Alles war Playback. Alles. Von Anfang bis Ende. Von Toxik über... Weiter geht's. Gut. Es war eine Tranzen-Show. Es ist keine Kylie. Es ist einfach keine Kylie. Es ist keine Kylie. Weil die Kylie singt live. Die können ja auch singen. Aber ganz viele Schwule waren da. Und die haben mich weggebissen. Als ich an die Bühne kommen wollte, haben die mich weggebissen. Und die haben mich gehasst. Weil sie wollten alle bei Britney sein. Es ist Mäuse. Abonniert meinen Kanal auf YouTube. Facebook. Und Instagram. Bis dann. Sharing is caring. Bis dann.